Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge The Forest mit dem anderen und dem Rico. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Yes, baby. Auch ein wunderschön riesiges Dankeschön an die Leute, die das letzte Video bewertet haben. Bewertet haben? Oh. Macht ruhig weiter so, Leute. Unterstützt das Projekt, unterstützt Pat. Liked, lasst einen Kommentar da. Das Like dauert nur eine Sekunde, Leute. Das tut keinem weh. Kann man mal machen. Weiß jetzt noch jemand, wie man runter in die Propöse kam? Nein. Auf jeden Fall ist erstmal unser Ziel nämlich, dass wir jetzt nochmal runter ins Loch kommen. Also hier unten rein, durch die Hülle, welche auch immer das war. Denn wir haben uns dann mal so ein bisschen informiert. Scheinbar kann man da unten reintauchen im Wasser. Und da muss dann wohl das Ende sein. Wir wollen ja doch mal nach dem Timmy gucken, wa? Was denn mit dem Timmy jetzt los ist, Entschuldigung. Da wäre jetzt eigentlich die Frage, hat schon jemand die Trophäe 100 Tage runterfliegen? Nein, nein, 100 Tage haben wir noch nicht. Wir sind gerade bei irgendwas mit 70, glaube ich. So, ey, siehst du, alle unsere drei Kleider hätten wir jetzt mit dem Kleider da runterfliegen können. Beim Anton muss nur noch ein Hasenfehl rein. Na, dann können die mal. Hier, an der Ninde mal einen Hasen. Ja, wollen wir das wirklich machen, oder? Wollen wir das wirklich machen, oder? Pablo? Scheiße, ich. Oh, mein Gott. Meins. Nein, meins. Ich hab's nicht gekriegt. Ja, wie immer. Ja, ich hab's. Okay, die Sache ist halt, dann sind sie halt wahrscheinlich dann weg, ne? Oder liegen dann halt da unten, ne? Aber benutzen wir die eh nochmal? Die Computer sagt nein. Ja, richtig. Das würde ich jetzt auch sagen. So, auf nach oben. Hört mal, oder was? Ich komm mehr. Ja, ich würde aber behaupten, wir müssen gucken, dass dann keiner noch direkt nebenbei. Ja, wir können ja einzeln unterspringen. Wir müssen ja eine Gleichzeit runterspringen. Ja, Anton, wir gucken, dass du nicht verreckst. Alles klar. Und wenn du verreckst, guck mal auch. So, wie du verreckst. Von vorm aus, oder von unten, da der Loch kann? Ich spring vom Loch, also vom Loch runter. Ja, vom Loch reicht doch dicke. Huch. Hui. Ich bin eine Biene. Keiner Biene. Oh, wie behindert kann man denn sein? Wieso? Habst du auch gerade gesehen? Hä? Was? So, Leute. Boah. Ihr seht ja fesch aus. So, naja, dann hopp, hier, gönnt euch. Soll ich nochmal speichern, oder? Ja, ich glaube. Komm, ich geh nochmal speichern. Ich geh auch nochmal mit. Ich glaub, es bringt eh nichts, was du speicherst. Doch, für mein Gewissen halt, ne? Was, ja. Nee, damit können wir ihn durch die Tür durchrühren. Ja, ja, das ist sehr witzig. So, pass auf. Warum steht ihr mit den Kleidern hier drin? Ja, zum Speichern, ne? Wir stehen mit Kleidern hier drin, oder was? Sei froh, dass es Kleider sind und kein Kleid geht. Wer steht denn in der Tür vor den Mongos? Äh, huch. Der Horst antwortet schon wieder nicht. Der Horst antwortet nicht. Ich bin da. Hab ich jetzt das Ding abgesetzt, oder was ist los? Ja, jetzt abgesetzt. Das zieht so auf, wa? So, Leute. Boah, das wird jetzt übelst Behinderung. So, ja, wir fangen an. Ich guck euch zu. Oh, der erste springt schon. Ui. Der Riko kann das richtig gut, Alter. Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Anderunfall. Ich hab'n Kleid auf verloren. Ich hab'n Kleid auf verloren. Anderun stirbt. Die dumme Sau. Das war doch, ich war mir doch voll klar, dass der Anderun stirbt. Ich werd' auch stirben. Alter, ich komm' in die See locker, locker runter, Alter. Riko, guck mal, wo ich stehe. Ja, ich seh' dich nicht. Also, ich warte jetzt ganz gemütlich hier, bis einer von euch... Ja, ich was soll's sagen, wenigstens... Ich bin auch da. Also, äh... Oh, hier ist eigentlich... Sieht mich einat, dass wenn ich jetzt runterrutsche... Ach, da bist du. Da bist du schon fast unten. Ja, deswegen. Ich hatte übelst Lack gerade. Aber mein Kleider ist jetzt hier oben irgendwo drauf. Ich komm' nicht mehr an mein Kleider ran. Hi, Anton. Hä, ich hab' mein Kleider noch an. Ne, meiner ist abgefallen, weil ich gegen den Stein geflogen bin dann. Das hat bei mir übelst gehangen, ey. Ja, ich hab' die Steuerung wieder verwechselt. Bin gegen die Kante und der liegt jetzt oben am Loch irgendwo. Das sah witzig aus. Übelst überschlagen bestimmt. Hallo? Hier ist einer mit an meinen Latz. Ja, und? Müsst du erst mal gucken, dass man zu euch kommelt. Wo ist denn der Rieger? Er ist da hinten. Ja. Warum rennst du dann zu mir? Was denn überhaupt? Ich dachte, da geht's auch nochmal lang. Mein Kleider ist in den Wasserfall reingeklitscht und ist jetzt weg. Cool. Naja, wir brauchen die ja nicht. Wir haben ja gesagt. Ach, das ist ja nur so einer. Das ist aber unweiser. Aber und? Die können genauso wenig. Was siehst du? Was war ich da? Toll. Ich hab' einen Bock. Also, Leute, interessant, dass wir jetzt hier unten sind und... Hat aber Spaß gemacht. Also, ich hatte jetzt keine Probleme mit dem Kleider. Bei mir war's... Ich hatte auch kein Problem, nur dass das bei mir geleckt hat. Das siehst du dann in der Folge, da hättest du auch nichts machen können. Bei mir ist das so... So, jetzt geh' ich... Ich rüsste es von alleine lieber auf. Das geht von alleine. Ich mach's trotzdem. Nee, geht von alleine nicht. Du, siehst du... Siehst du? Spoilern oder gar nicht? Nein, ich will doch nicht gespoilert werden, Alter. Nein, lass mal. Nein, es geht nur darum, dass dann... Äh... Na, weißt du schon... Die Wurm-Dinger da... Ja. Können wir mal aufhören, jetzt über das Sachen zu reden, von dem ich keine Ahnung hab, weil ich mich extra nicht spoilern wollte. Hä? Ne, das Wurm-Ding, das kennst du doch. Das haben wir doch schon mal angegriffen. Welches Wurm-Ding? Oh, wie lange... Die vielen Würmer, die uns umher gehüpft sind. Keine Ahnung, was du meinst. Tauchst du immer noch? Ich bin oben. Ja, Alter, warum seid ihr denn schneller als ich, obwohl ich hier irgendwie... Ich bin als erster reingegangen und dachte, ich müsste ja auch als erster da sein. Ey, das war grad heilfroh, dass ich noch eine andere Flasche reingemacht hab. Also, ich glaub, mit der, die ich drinne hatte, hätt ich das nicht hingegangen. Ich bin noch halb voll, Ander, und es geht. Ja, aber die andere Flasche, die war schon unterhalb voll, die ich noch hatte. Ich glaub immer noch, dass die sogar automatisch wechselt dann. Ne. Glaub ich nicht. Nach meinem Wissen schon. Guck mal, da oben liegt eine Notiz, oder? Hab ich schon genommen. Oh, ähm... Die Geräusche schon sind ja herrlich. Oh, ist das ein U-Boot? Was? Hä, das bist du mit der Tauchermusflasche? Das ist einer, der taucht. Ist das ein U-Boot? U-Boot. So. Oh, das wird spannend. Ja, Leute, nach den vielen Baufolgen geht's endlich mal weiter, ne? Ich mein, wir wollten's zwar ein bisschen herauszögern, aber... Hier kann man hier auch tauchen. Das hast du überlegt. Wirklich? Oh, hier unten ist schon... Oh. Unten Hinweis, aber erst mal... Oh ja. Aua. Aua. Aua, mach doch mal ab, du... Ah, Petler. Pablo Estoban, lauf zu. Ja. Aua. Andern steht da, macht nichts, auch du. Doch, ich hatte grad diesen komischen Sticker-Ding noch in der Foto. Ja, warum nimmst du den in die Hand, wenn hier ein Gegner ist? Ja, das hatte ich auch. Das war kein Sticker-Ding, das war ein Foto. Richtig. Alles dasselbe. Nee. Dicker-Ding. Ja, merkst halt, dass der andere noch ein bisschen jünger ist. So. Gehör noch nicht zum alten Eisen wie ihr. Naja, definitiv nicht. Steht ja kurz vor der Rente. Zu alt zum Scheißen, was? Ja. Ist zu alt zum Scheißen. Die kommen aber gleich noch ein paar Gegner, glaub ich. Alter, wie sie aussieht. Gibt's vielleicht auch ne Karte extra nochmal? Guck mal, hier sieht's aus wie gekonnt und nicht gewollt. Äh, gewollt und nicht gekonnt. Ah ja, hier sind wir, okay. Von Duden und keine Ahnung. Aber noch in dem unerforschten Teilpad. Ah, schon wieder was. Kassette, die mit Armys Ausbruch, was? Was ist jetzt ne Videokassette oder was? Ja, Sette, die mit Meghans Ankunft. Ah ja, genau. Meghans Ankunft. Nebenwirkung. Amys Ausbruch. Gucken wir mal das Video kurz an. Ah ja, da fliegen sie und das Ding her. Ja, ich auch. Groß, Alter, hat er kaputt gemacht. Das war ja langweilig. Gut. Okay, hier geht's runter. Haben die Experimente hier unten gemacht oder was? Definitiv. Da bin ich mir ja schon ziemlich sicher. Deswegen gibt's bestimmt auch diese Mutantenviecher, ne? Irgendeine Experimenteinsel. Vielleicht wollten sie irgendwelche Hypermenschen. Hä, was? Irgendwer hat mich grad geschubst, Alter. Wir sind hier in der Wand, aua. Alter! Welche dumme Sau. Ja, das war bei mir jetzt auch so. Bin auch fast runtergeflogen, Alter. Hilfe. Junge, Junge, Junge. Halb mehr zum Fakt bekommen. Hey, wir müssen mal wieder klettern. Weil wir was ganz neu ist. Lange nicht mehr gemacht. Ja. Hä, geht's hier weiter oder was? Du musst runter, Rigo. Runder. Und jetzt mal gleich wieder runter gesegelt. Das wär's. Jetzt sind wir aber auch hier voll sonst wo, ne? Ja, das ist schon wie jetzt langsam. Jetzt leuchtet. Schön beleuchtet muss ich sagen. Haben sie schön gemacht. Wenn wir jetzt noch den Bogen finden würden, das wär echt geil. Hey Mann, du hast ja den gleichen Rucksack wie ich. Hey, cool, Alter. Ja, beide den gleichen Rucksack wie ich. Ja, ja. Mutti hat uns halt das gleiche angezogen. Ja. Ja. Nur andere Gesichter gegeben. Hier sieht's aus, als würde ich einen gegenwarten kommen. Hier ist schon einer. Ach, der eine da, wo ist er denn hin? Pablo, hau rein. Wo soll er denn jetzt? Na, wollt ihr mal drauf oder was? Kommt noch jemand? Weggeschlitzt, Alter. Waz, Junge. Merk dir das. Oho, so. Tja, Kopf ab. Das hast du davon. Oh, shit. Merk dir das. Fett, du müsstest es auch anzünden. Ja, ach was. Schau grad gemerkt. Also jetzt hier zum Ende ist die Jutaschenlampe eigentlich. Doch, halbwegs nützlich. Was? Dynamik muss man anzünden? Was? Nein. Alter, ist hier. Gibt's hier noch was Schönes in den Dingern? Nee, ne? Äh, die waren ja. Oh, hier. So da. Geil. So da. So da. Ja, hier in der dunkle Beutel. Äh, in der dunkle Beutel. Ah, hier steht auch noch einer rum. Da läuft rum. Hallo. Und solange hier kein Muschi-Klaus kommt oder so. Ja, da hätte ich auch keine Ahnung. Alter, was ist denn? Was ist denn das für eine fette Höhle, Alter? Das ist halt die Endhöhle, ne? Du musst schon ein bisschen rausstechen. Oh, hier kommt noch jemand. Hände ich dir, Rego. Oh, hier. Ach nee, schade. Ich dachte, hier liegt sie. Pass auf, äh. Genau. Soll ich auch was sagen. Was? Ja, Mann. Alter, was geht denn ab hier? Wo ist er? Hä? Ja, klar. Der kann hier stehen und schlicht um sich. Ist klar. Und ich stehe hier und... Aber hier waren schon mal welche. Ich habe keine Ausdauer mehr, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ja, da musst du mal mal aufpassen, Junge. Oh, shit. Rufbar sind. Ich sollte ja irgendwo festpacken hier. Muss ich aufpassen. Wo seid ihr denn? Hier, der greift mich an und Jeller schreift weg. Dann bist du... Wir können hier ja nicht flagen, Alter. Ich wollte dir helfen, bin aber anstatt von da oben reinwärts zu dir zu springen, bin ich aus den Rückwärts gesprungen. Ich bin froh, dass ich nicht irgendwo in den Felsen festgepackt war. So, alles cool. Kleiner Stricher, Alter. Habt sich mal nicht los, nur ein Gegner, Alter. Der hat mir voll die Rüstung runtergenutzt. Willst du den töten? Alter, du Bastard. Oh, hier kann man speichern. Geil. Ja, mach ich auch nochmal. Das Spiel. Guck mal, da hat einer reingeschissen, Alter. Das warst doch du. Was? Na klar, du alter Scheißer. Aber das hält deswegen der Eingang schön hochgewickelt. Also die können nicht überfallen worden sein. So. Raust. Raust. Raust, Laus. Oh, da hat sich aber einer Müge gegeben. Da, hier. Was ist das gut, Beleuchtung, oder was? Nee, vom Aufbau her. Hier scheint das Labor zu sein, wo wir hin müssen. Ich mach's auf. Hier liegt auch ein Hinweis, Pat. Oh, ich hab schon wieder keine Ausdauer. Oh mein Gott. Ich mach's auf. Oh mein Gott, das ist leck. Hä? Leck? Was geht ab? Ich mach die Tür gerade auf, wie gesagt. Alter. Alter. Alter, du sollst überhaupt nichts sehen. Boah, Alter. Alter. Oh, jawohl. Was denn der Eingang ist da, da ist. Ach, jetzt ist der Geist über die Schlüsselkarte. Dafür war die Schlüsselkarte, ja. Alter, wie sieht's denn hier aus? Voll geil. Wir müssen auch nicht gewunden. Ich mein, kann ich das. Hier kann man hochklettern. Was ist das hier noch? Farbe oder was? Oh, damit schmier ich mich ein, Alter. Hab ich gemacht. Servus. Alter, in wessen Arsch bin ich denn da drin? Nein. Werd sein. Da ist mir mein Popsloch hier angeguckt. Oh, hier sind Knochen. Ich hab mir vorhin den Arsch gekrochen, Alter. Medizin. So ein Arschkriecher? Oh. Denk mal durch hier, Alter. Platz da, Mr. Pablo. Ehrlich. Guten Tag. Ciao. Und jetzt kommt irgendein Loch und der Pet fällt durch. Hier ist ein Loch, ja. Hier ist ein Loch, ja. Hier ist mal auch durch. Deswegen wollte ich mich jetzt besser latschen. Ja, wenn man Augen aufmacht, sieht man das. Ja. Hör, Level 6. Nee, Level G. Oh, hallo. Hier ist noch ein Hemd, guys. Level Prop G, what? Oh, das hat die Megan. Hallo, Megan. War das nicht die... Ist das nicht die Tochter von... Ich hab keinen Plan. Haben wir nicht irgendeine Leise gefunden oder so? Oh, okay. Was ist hier jetzt noch? Aha. Ducken. Aha. Duck dich mal. Duckung. Muss man... Duckung du. 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 Das ist aber auch geil. Medizin. Ein roter Pullover. Hier hat einer einen Penner hingemacht. Mickey Tells Lies. Na, das ist aber für eine Frechheit, dass die Mickey... Ja, stimmt. Die Kinder haben alle Roboter wahrscheinlich. Alter. Ja, aber war die Megan nicht die Tochter von irgendeinem Typ, der irgendwie seine Frau umgebracht hat? Keine Ahnung. Oh, Pat klitscht bei mir übelst in der Wand umher. Der läuft hier aufrecht. Ja, der läuft hier ganz normal im Stehen. Ja. Ich hab's halt drauf gemacht. Krasser Dut. Krasser Dut. Warum hab ich denn mein Atemgerät immer noch drum? Hab ich das nicht abgesetzt? Dass du dich abgesetzt hast. Alter, geil. Jetzt können wir hier, warte mal, hier kann man doch Kaffee und sowas trinken. Ja, hier an dem Automaten. Gucken wir mal einen Kaffee, Leute. Nein, hier. Boah, ich fäll' mir auch einen. Ich hab doch einen, Alter. Was willst du denn von mir, Junge? Ich hab einen Kaffee getrunken. Ach, Alter. Mr. Pablo Estobar, ne? Macht dich aus dem Weg, Junge. Big Spender, Junge. Oh. Yay. Oh, snacken wir alles, Alter. Nice. Oh, hier, doch, können wir Kaffee trinken. Ja, hab ich doch gesagt. Alter, Leute. Was ist denn los mit euch heute? Was? 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 Oh, hier war Alkohol geil. Oh, was gibt's denn hier noch leckeres? Gönung. Ich krieg jetzt nochmal Kaffee. Ach, ich kann mir noch einen Kaffee, Alter. Weißt du, gut schmeckt hier. Kaffee geht immer. Wenn du die Automaten benutzt, also die Soda-Automaten, kriegst du auch nicht drauf. Ja, das wissen wir. Ach. Okay. Guten Morgen erstmal, die haben wir auch benutzt. Ja, hätte jetzt sein können, wenn du, weil du mit deinem Kaffee beschäftigt warst. Oh, hier liegt noch Geld rum. Hier steht noch Alkohol, Alter. Hier ist Vollausrüstung noch vorhanden. Oh, pst. Da gibt's noch ein Trophäe, da muss man die Sprengler zum Einsatz bringen, aber ich glaube, das muss man im Singleplayer machen. Wieso? Stand da bei den Trophäen. Im Singleplayer-Gang. Die Feuerpfeil oder was? Vor allem, ihr könnt euch schön die Snacks hier voll machen. Habt ihr euch 1000 Snacks gekauft, wenn ihr wieder voll seid und genau habt. Was sind denn hier so Feuerdinger? Ja, ich weiß nicht. Die die schwarzen sind dort. Das ist ein Automat, Rico. Ja, ich mein oben an der Wand. Ja, diese Sprengler. So, okay. Ich glaube, das war im Singleplayer-Game. Ich weiß es nicht. Das muss man hier Feuer machen, damit die Sprengler losgehen. Wir wollen es mal probieren. Ich probiere es einfach mal. Warten wir mal. Kombinieren. Beep, 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 beep. Ja, aber ich glaube, die Trophäe sind nur im Singleplayer-Game. Ja. Egal, weiß man es ja für im Singleplayer-Modus. So, ähm. Wir müssen weiter hier durch die Schlaßtür. Ach so, ich dachte, man muss hier hoch. Nee, durch die Schlaßtürn durch. Ich will erst mal kurz hier hoch gucken, ob es hier hoch geht. Dass es hier irgendwas Interessantes gibt. Aber man kommt hier hoch. Kommt durch die Schlaßtürn könnte man auch. Die müssen nicht, geht nicht auf die Schlaßtürn. Also, bei mir ging die ja nicht auf. Ja, ich wollte es gerade sagen. Bei mir ging die ja auch nicht auf. Aber dann bleibt halt wieder nur Bullshit, ey. Ich würde keine Ahnung von Duden und Blasen, ne? Von Duden und keine Ahnung. Hallo. Moin. So, ich würde sagen, liebe Leute. Kleine Pause. Cliffhanger. Lasst gerne mal ein Like da. In der nächsten Folge werden wir wohl dann endlich das Ende sehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was mit Timmy passiert ist. Bis dahin, gerne mal einen Daumen dalassen. Was in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch nicht abonniert habt. Abonnieren. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Haut rein. Bis dahin.